Robert, bist du eigentlich nicht derjenige, der mal rausgehauen hat, dass Griechenland direkt neben Deutschland ist? Ist es doch oder nicht? Danny, Digga, du dachtest, Griechenland ist neben Deutschland? Oh mann, Alter! Digga, versuchst du jetzt zu begründen, Digga, ich glaube, du sollst es einfach lassen. Nein, der Punkt ist, ja sag, der Punkt ist, Griechenland ist, wo genau ist jetzt Griechenland, wenn du jetzt hier mal nix? Ist Griechenland eigentlich irgendwo unter Frankreich, immer noch. Was? Wo ist es sonst? Bro, Danny, bitte verlass den Raum. Okay, ciao. Dude, what the fuck? Ja, es ist doch irgendwie so. Unter Frankreich? Ich weiß, ich sag noch nie. Du, Jesus! Fuck, Griechenland ist hier, Bro! Ach so, ja genau. Ne, mit was hast du es verwechselt? Ne, ich habe es mit Spanien verwechselt. Mit Spanien verwechselt? Ja. Na, heute erst mal Griechenland bestellen, oder Schütze mit Pommes? Digga, ich schwöre. Junge, 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 Junge. Digga, warte, wo ist Griechenland überhaupt? Bro, ich weiß grad auch nicht, Digga, wo ist der? Ist Griechenland nicht links unter Frankreich, oder so? Du, der hat es nochmal gesagt! Oh mein Gott! Was? Was? Was?